Liebe Hörer an den Empfangsgeräten, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leib und Speise, dem Magazin über unser Essen, unser Trinken, unser Wohlbefinden und überhaupt über alle leiblichen Genüsse dieser Welt. Mein Name ist Markus Fahlefeld und ich führe Sie durch die nächste Stunde mit den Themen, die zu Weihnachten passen, denn so wie Weihnachten kulturell unter Beschuss steht, natürlich ist Weihnachten ein andere Religionen ausschließendes Fest. Deswegen wird die Bundesregierung, vielleicht die Bundesinnenministerin, gar nicht mehr frohe Weihnachten wünschen, sondern noch ein frohes Fest oder froher Feiertag oder frohen Rutsch oder irgendwas, was halt unreligiös ist. Also so wie Weihnachten unter Beschuss steht, so stehen natürlich auch die Genüsse, die traditionell zu Weihnachten aufgetischt werden unter Beschuss oder zumindest die Preise, die sie kosten. Denn Weihnachten ist nicht billig, war es noch nie. Es ist ein Fest, das zum einen für die Kinder ist und ihnen Geschenke bringt, aber zum anderen auch für die Familie. Und die Familie ist nun das, was am meisten unter Beschuss steht, weil dort der Staat am wenigsten zu sagen hat. Die Familie ist ein Reich für sich und das mögen der Staat und natürlich seine staatlichen Fürsprecher aus den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, aus den Medien, aus den Universitäten und so weiter überhaupt nicht. Und so wenden wir uns in der heutigen Ausgabe von Leib und Speise wieder den verbotenen Genüssen zu. Dafür wird der Autor und Journalist Georg Etscheid die Gänsestopfleber behandeln. Eine Delikatesse, die seit ungefähr zwei Jahrzehnten in der Kritik steht. Sie soll dem Tierwohl nicht dienlich sein, sie soll Tierquälerei sein und dennoch bleibt sie eine der großen Delikatessen unserer Zivilisation. Zuvor führe ich ein Gespräch mit Ralf Boos, dem Eigentümer und Macher von Boos Food, dem wohl größten Delikatessen-Versender in Deutschland, der vor allen Dingen die Spitzengastronomie, aber natürlich auch den interessierten Gourmet bedient. Und Ralf Boos wird uns ein Rezept verraten, eigentlich sein Rezept verraten, wie er Kaviar in der Weihnachtszeit serviert. Abschließend werden wir mit dem zweiten Teil meines Champagner-Breviers. Diesmal geht es aber nicht um die Champagner oder die Geschichte, sondern wie wird Champagner eigentlich gemacht? Und was erklärt seinen hohen Preis? Ist er es überhaupt wert? Bleiben Sie gespannt. Musik Musik Ich spreche heute mit Ralf Boos. Ralf Boos ist wohl der größte Delikatessenhändler in Deutschland. Er sitzt in Meerbusch bei Düsseldorf. Ralf Boos ist ein wirklicher Hans Dampf, war Koch, war Oberkellner, Sommelier, ist einmal die ganze Laufbahn durch. Er hat sich 1990 dann schließlich mit seinem Delikatessenhandel Boos Food selbstständig gemacht. Hallo Herr Boos. Hallo. Anfang der 2000er Jahre waren die Preise für Kaviar in exorbitante Höhen gestiegen. Die Qualität hatte dabei immer weiter nachgelassen. Nach Fangquoten kam das Fangverbot und seitdem ist nur noch Zuchtkaviar erlaubt. Wie ist die Situation heute, Herr Boos? Und wer kauft nach fast 20 Jahren Kaviar Abstinenz, heute noch Kaviar? Heute ist die Situation eigentlich traumhaft, weil die Farmen, die vor 25 Jahren oder 20 Jahren angefangen haben, Störe zu züchten, die sind jetzt theoretisch in voller Blüte. Das heißt also, die Fische sind gesund und groß und der Rogen ist entwickelt und das ist alles so, wie man es sich vor 20 Jahren gewünscht hat oder vor 25 Jahren. So ist es eingetroffen und für uns als Händler, wir können quasi aussuchen zwischen 70 oder 80 verschiedenen Farmen weltweit. Also viel mehr gibt es noch nicht und die übertreffen sich in Qualität und unterbieten sich in Preis. Also das ist wirklich eine super Situation. Ich glaube, sie ist auch Outstanding für die Zukunft. Also es wird sich da wieder eine gewisse Regulierung finden, weil ein Stör braucht halt sieben Jahre, bis er Kaviar produziert und ein Beluga-Stör sogar 20 Jahre. Das heißt also, die Futterkosten, die Energiekosten und die Produktionskosten müssen erst mal genau errechnet werden und man rechnet heute bei einem Kilo Störkaviar Produktionskosten von ungefähr 450 Euro. Das heißt also, unter diesem Preis wird der Kaviar wahrscheinlich nicht mehr kommen. Wenn Futter noch teurer wird, wird er eher ein bisschen nach oben gehen. Aber ich glaube, wir haben also noch nie so guten und so günstigen Kaviar gehabt wie heute, wie dieses Jahr. Das heißt, die Kaviar-Qualität hat dann irgendwann so nach 2016, 17 Meter so richtig angezogen, kann man das so sagen? Oder war das schon vorher? Wir haben 2013 mal hier eine Verkostung gemacht und haben gesagt, oh, das kann man schon essen, sage ich mal so. Also das war, vorher war Kaviar aus der Zucht, der schmeckte immer ein bisschen nach Aquarium und ein bisschen nach Brack und so. Also das war nichts Schönes. Und so 2013 haben wir hier gesessen und haben gesagt, hey, das kann man schon wirklich essen. Und wenn man das noch mit ein bisschen Creme Fraiche anreichert, dann ist es sogar schon irgendwie lecker. Und so 2017, 2018 war es schon so, dass du gesagt hast, also das hat die Qualität des Kaspischen Meers jetzt auf jeden Fall erreicht. Und so seit ein oder zwei, vielleicht drei Jahren ist es so, dass von 100 Dosen sind fast 100 Dosen perfekt. Und man kann sich jetzt schon wieder eine Spur von dieser On-Off-Beziehung, also ich leiste mir Kaviar oder ich leiste mir keinen Kaviar entfernen und hingehen und sagen, wir gehen jetzt schon wieder in so eine Rezeptbeziehung. Welchen Kaviar zu welchem Rezept? Wie isst man? Welche Sorte? Das ist schon wieder sehr, sehr, sehr luxuriös und eine sehr schöne Situation für jeden Gourmet, weil wir, sie hatten ja eben kurz mal gefragt, wer kauft Kaviar? Das sind natürlich auf der einen Seite Leute, die sich selber als Feinschmecker oder als Gourmet sehen. Zum anderen sind es natürlich Gastgeber, die sagen, ich möchte meinen Gästen was Gutes gönnen. Aber in aller letzter Instanz ist das auf uns zukommende Weihnachtsfest natürlich ein Fest, wo man sich auch nicht nur beschenkt, sondern wo man auch Zeit miteinander verbringt. Und was für ein großes Glück ist es, wenn man diese Zeit nicht in der Küche stehen muss, sondern mit den Lieben am Tisch sitzen kann oder mit den Lieben seine Zeit verbringen kann. Und da hilft natürlich so ein Dosenfutter, wo man nur einen Löffel reinstecken muss, ungemein weiter. Und ich glaube, ich glaube immer noch, dass von allen Delikatessen auf der ganzen Welt der Kaviar derjenige ist, der am ehesten als Delikatesse wahrgenommen wird oder als was Besonderes wahrgenommen wird. Also ich glaube, wenn man jetzt eine Familie hat und man stellt 60 Austern auf den Tisch, glaube ich nicht, dass man der kompletten Familie damit eine Freude machen kann. Und bei den anderen Superdelikatessen, ich sage, nehmen wir sie alle fünf. Also es gibt ja fünf Superdelikatessen. Es gibt den Hummer, also neben den Austern gibt es den Hummer. Da ist eine sehr erfahrene Zubereitung von Nöten und auch das Öffnen der Scheren und so. Das ist keine Sache, die man mal eben aus dem Handgelenk schüttelt. Da gehört eine gewisse Erfahrung und alles Mögliche dazu. Und man muss halt auch in der Küche die richtigen Wege gehen. Das Nächste sind die Trüffel. Die Trüffel kann man nicht essen, sondern man nimmt die Trüffel nur zum Würzen. Also man muss ein Essen kochen, dass man dann hinterher natürlich mit den Trüffeln bereiben kann oder man kann auch ein bisschen Trüffel mitkochen. Aber das ist nicht so wie beim Kaviar, dass man es einfach auf den Tisch stellt und sagt Feuer frei. Und das Letzte ist halt die Gänsestopfleber. Die ist ja heute, also ich sage jetzt mal im Jahre 2022, politisch so inkorrekt, dass die zumindest für eine Debatte am Tisch sorgt. Also die junge Generation lehnt schlichtweg ab und die ältere Generation sagt, ach komm ey, stell dich doch nicht so an. Aber das ist ja kein Ding für Weihnachten. Das ist ja nicht die Harmonie, die man sich Weihnachten wünscht. Und bei Kaviar ist es halt so, man braucht sehr, 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 sehr wenig. Also ich würde sagen, also so ein Toastbrot oder ein gutes Weißbrot, die Kruste abgeschnitten, nur das Weiße vom Weißbrot, da drauf ein bisschen Crème fraîche oder am besten Crème épaisse, also die etwas fettere Crème fraîche und da drauf eine Nocke Kaviar. Und viel mehr geht nicht. Und das kann sogar ein dreijähriges Kind sich bauen. Also da braucht man kein erfahrener Koch zu sein. Und es gibt auch kaum jemanden, der sagt, das mag ich nicht. Die, die heute zum ersten Mal in ihrem Leben Kaviar probieren oder die heute mal wieder nach langer Zeit Kaviar probieren, die würden sich wundern und sagen, boah, ist das geil, ist das lecker. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Was ist Ihr Lieblingsrezept? Haben Sie es damit beantwortet? Ich habe es nicht beantwortet, weil das ist ein einfaches Rezept für Weihnachten. Okay. Weihnachten, wie gesagt, bin ich, ist es das beste Rezept, was es gibt. Weil es eben, wie gesagt, jeder kann und jeder mag es. Also Weißbrot und Crème fraîche und Kaviar, da kann man nichts falsch machen und gar nichts. Aber wenn Sie mich nach meinem Lieblingsrezept fragen, das ist viel diffiziler. Ja. Aber es ist wirklich, es gehört zu den leckersten Sachen, die ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. Und zwar, da gehört auch ganz bisschen Kochkunst dazu, weil man müsste eigentlich ja so wissen, was eine Béchamel oder was eine Velo-Tee oder eine weiße Soße ist, dass man sagt, man kocht aus, am besten aus Champagner, eine weiße Soße, eine weiße, helle Soße und gibt zu dieser hellen Soße frische Nudeln, frische Spaghetti, frische kleine, eine dünne Tagliolini oder eben eng geschnittene Bandnudeln. Und dann dazu und jetzt, das ist eigentlich der Kracher überhaupt. Haben Sie das Wort Onsen-Ei schon mal gehört? Also Onsen weiß ich, dass das das Thermalbad im Japanischen ist, wenn ich das nicht... Genau. Und das Onsen-Ei ist also, Sie nehmen Hühnerei und kochen das 60 Minuten bei etwa 60 Grad, so wie im Thermalbad quasi. Ja. Und dann passiert was ganz Erstaunliches. Und zwar, das Eigelb bleibt flüssig und das Eiweiß sieht zwar so aus, als wenn es noch halbwegs roh wäre, ist aber von der Textur her so wie gekocht. Ja. Dieses Onsen-Ei legt man quasi in das Nest von den Nudeln. Darüber kommt diese helle Champagner-Soße, die man sich gekocht hat. Und dann bei diesem Rezept ist die Quantität genauso wichtig wie die Qualität. Sagen Sie mal eine Mengengröße. 20 Gramm Kaviar? Ich sage jetzt mal, bei diesem Rezept pro Portion locker 25 Gramm. Okay. Aber es gehen auch 50 Gramm. Rein von der Füllmenge her des Bauches gehen sogar 100 Gramm. Also wie gesagt, unter 25 Gramm pro Person sollte man dieses Rezept nicht ausprobieren. Und nach oben hin ist also quasi theoretisch keine Grenze gesetzt. Und darum, wie gesagt, sage ich bei diesem Rezept immer, die Quantität ist genauso wichtig wie die Qualität. Weil wenn man da nämlich das macht, was man in den 2010er Jahren oft gemacht hat, dass man Kaviar in homöopathischen Mengen als Deko auf irgendwas gelegt hat, nur damit man Kaviar auf die Karte schreiben kann oder sowas, das würde dieses Rezept spoilern, würde sagen, okay, das brauche ich nicht, das ist überflüssig. Weil man hat ja eine sehr aromatische Soße und man hat dieses Onsen-Ei oben drauf und man hat eine gute Nudel. Und wenn man da jetzt mit einer homöopathischen Menge Kaviar mit fünf Gramm oder so einem Teelöffelchen voll ankommt, das würde einfach in dieser Rezeptur verloren gehen. Sondern man muss dann eben auch schon sagen, okay, es geht um mein persönliches Lieblingsrezept. Ja, sehr schön, sehr schön. Welchen Kaviar würden Sie nehmen? Also und jetzt, das ist übrigens das, was ich eben kurz mal angeschnitten habe. Heute kommt man ja in eine Situation rein, wo man Rezepte oder Kaviar zum Rezept kauft. Und man unterscheidet jetzt erstmal von den würzigen Kaviar-Sorten, dann die milden und dann die allrounder. Also die würzigen Kaviar-Sorten wären für dieses Rezept perfekt, weil man hat eine gehaltvolle, Rezeptur. Also immer wenn es gehaltvoll ist, muss man auch ein Gleichgewicht schaffen, indem man einen würzigen Kaviar nimmt. Wenn ich jetzt nur einen Löffel Kaviar nehmen würde, also nur rein, dann würde ich was ganz Mildes und was ganz Feines mir aussuchen. Aber wenn ich es in so ein Rezept einbaue, würde ich was Würziges nehmen. Und der Stör des würzigsten Kaviar heißt Baeri. Und Baeri wird mit zwei I am Ende geschrieben, ist wahrscheinlich russisch, kommt aus dem Beri-See. Ist ein kleinerer Stör mit einem sehr, sehr, sehr feinen Rogen, der eigentlich schon fast zu großperlig ist für den kleinen Stör und eine sehr leckere Würzigkeit hat. Der bekannteste Kaviar-Stör heißt Azipensa-Gülden-Stetti oder auch russischer Stör genannt. Und der Kaviar dieses Störes heißt Osietra. Osietra kennt man also zumindest in der Feinschmeckerszene ganz gut. Das ist wiederum ein ganz, ganz milder Kaviar, den man besser pur löffelt, wo man so wenig Beilagen wie möglich, wo man eigentlich das Produkt für sich sprechen lässt. Und das Schöne an meinem Lieblingsrezept ist, dass der Baeri-Kaviar viel, viel preiswerter ist als der Osietra-Kaviar. Das heißt also, selbst wenn man jetzt hier ein bisschen mehr nimmt, muss das nicht unbedingt teurer sein, als wenn man jetzt ein Kaviar-Essen macht, wo es nur sehr, sehr, sehr zurückhaltende Beilagen wie eben so ein bisschen Weißbrot oder sowas gibt. Und die Problematik heute ist ja, dass noch nichtmals Händler sich mit Kaviar-Sorten und den verschiedenen Rezepturen auskennen, weil die auch quasi eine Generation von Erfahrung übersprungen haben. Heute, die heutigen Leute, die jetzt wieder anfangen Kaviar zu verkaufen, wie ich auch jetzt mal in diesen gut geführten Supermärkten wie in Düsseldorf-Zurheide oder irgend sowas, die Verkäufer verkaufen zwar Kaviar, aber denen fehlen diese Erfahrung, was macht man, welchen Kaviar zu welchem. Die haben eigentlich immer mehr so dieses, wahrscheinlich ist das teure, das bessere Produkt, was gar nicht stimmt, was überhaupt nicht stimmt. Und deswegen würde ich diese beiden Sorten, damit man es auch dem vielleicht Zuhörer ein bisschen leichter macht, Osietra zum Pur essen, Bairi für Rezepturen oder für reichhaltige Rezepturen. Damit macht man es dem Hörer leicht. Und ich hatte noch den dritten, das ist der Allrounder. Der ist nicht so würzig wie der Bairi und nicht so mild wie der Osietra, aber hat dafür den Vorteil, dass man ihn sowohl pur als auch in Rezepturen genießen kann. Aber er ist ja auch dann in beiden Sachen eben einfach nicht perfekt. Um sich das vielleicht zu merken, der Bairi ist der günstigste von diesen drei Sorten, der Osietra der teuerste und der Allrounder, der heißt Imperial Auslese in unserem Fall, ist genau dazwischen. Und was ist mit der Königsklasse des Kaviers, der Beluga? Da kann ich Ihnen jetzt nur meine Erfahrung sagen. Ja bitte. Und zwar, wir haben ganz früher, also noch vor 2000, als der Kavier noch nicht unter Naturschutz stand, haben wir schon Beluga-Verkostungen gemacht, wo wir gesagt haben, also wenn James Bond nicht immer Beluga-Kavier gesagt hätte, würde keiner den als den besten Kavier der Welt wahrnehmen, weil wenn man Beluga neben Osietra verkostet, ist der Beluga unfassbar schwach. Der ist also zwar auch mild wie der Osietra, aber der Osietra hat immer diese gewisse Nussigkeit, die so angenehm ist, wo man sagt, also da möchte ich mir sofort einen zweiten Löffel nehmen. Und Beluga war immer sehr, sehr schwach neben Osietra, war aber viel seltener. Das muss man dazu sagen. Also der Preis hat sich nicht über die Qualität, sondern über die Seltenheit wieder gespiegelt. Und bei Beluga war es auch immer so, dass, der Beluga ist ja sehr groß, also der größte gefangene Beluga, der je gemessen wurde, hatte 1560 Kilo. Und bis zum Jahre 1900, also bis diese richtige industrielle Abfischung des Kaspischen Meeres stattfand, waren Fische um 1000 Kilo überhaupt keine Seltenheit. Später, umso mehr Kaviar oder Stör gefischt wurde im Kaspischen Meeres, wurden die großen Fische immer seltener, weil die hören nie auf zu wachsen und die werden unglaublich alt. Wenn man also jetzt einen Beluga fängt, der 1500 Kilo wiegt, dann kann man davon ausgehen, dass der 150 oder 160 Jahre alt ist. Und 100 Jahre ist überhaupt kein Alter für so einen Beluga. Also dann ist er noch niemals Großvater, weil die Kinder brauchen auch über 20 Jahre im Kaspischen Meer, bis die überhaupt geschlechtsreif werden. Und jetzt gehen wir mal den Schritt wieder in die Jetzt-Zeit. Wer jetzt Beluga-Kaviar produzieren will, muss erst mal 20 Jahre warten, bis das Tier geschlechtsreif ist. Und danach kann man erst anfangen zu sagen, okay, war das das richtige Futter für den Tier? Hat das die richtige Temperatur gehabt? War die Beckengröße oder die Teichgröße richtig? War das Wasser richtig? Wenn wir was verändern, wie verändert sich der Kaviar dadurch? Das dauert beim Beluga sehr, sehr lang. Zudem ist dieser Vorteil von Beluga, dass der so eine sehr, sehr, sehr große Perlung hat, also die einzelnen Eier sind sehr, sehr groß, hängt mit dem Alter des Fisches zusammen. Das heißt, wenn man jetzt einen 20-jährigen Beluga schlachtet und den Kaviar produziert, dann ist der kleiner als bei einem Osietra, der nur 10 Jahre alt ist oder 8 Jahre alt ist. Das heißt also, alle diese Vorteile, die der Beluga hat, die kommen vielleicht in 40 Jahren oder in 30 Jahren von heute an zu Vorschein. Wenn es irgendwelche Farmen gibt, die ihre Belugas 50 Jahre oder 60 Jahre lange halten, dann wird man wieder ein großes Korn und besonderen Kaviar haben. Aber die nächsten 20 Jahre oder zumindest 15 Jahre wird das Korn vom Beluga genauso groß oder kleiner sein als das des Osietras. Der Geschmack wird nicht so gut sein wie der vom Osietra, aber der Preis wird ungefähr zweieinhalbmal bis dreimal so hoch sein. Das heißt also, für einen Gourmet, dem es wirklich um das Produkt geht und nicht um die Verpackung, für den ist Beluga keine Option. Für jemanden, der vielleicht, wie es in China üblich ist, ein Geschenk mitnehmen muss und dem Gastgeber die höchste Anerkennung zeigen möchte, für den ist es vielleicht ganz gut, wenn Beluga auf der Dose steht. Aber kulinarisch gesehen ist Beluga für mich in den nächsten 10 bis 15 Jahren uninteressant. Also nicht, dass wir den nicht haben. Wir haben den. Wir haben Beluga am Start, aber wir führen den eigentlich nur, um nicht das Gefühl zu geben, dass man woanders was Besseres kaufen könnte. Wenn ich jetzt sagen würde, wir machen keinen Beluga und der guckt dann im Internet und sagt, oh, die haben aber Beluga. Das sind wahrscheinlich die, die das richtig gute Zeug haben. Nee, das stimmt nicht. Wir geben jedem gerne eine Dose Beluga, der es haben will, aber wir geben auch immer die Erklärung dazu, dass wir sagen, ey, nicht, dass sie denken, das ist jetzt wesentlich besser als der Osietra oder der Baieri oder der Imperial Auslese. Das ist leider nicht so. Er ist eigentlich nur teurer. Aber entscheiden Sie selber. Also wir sind da, wie gesagt, ich habe bisher noch keinen Beluga aus der Zucht, also aus der Aquakultur gegessen, der besser geschmeckt hat als ein Osietra, der größeres Korn hatte als der Osietra oder der irgendeinen anderen Vorteil hatte. Aber wie gesagt, der ist zweieinhalb bis dreimal so teuer. Das ist für mich als Produktfachmann nicht zu argumentieren. Ich finde da keine Argumente für das Produkt. Dann fasse ich zusammen. Also der Osietra ist gut fürs Familiendinner, wo auch die Kinder mit Weißbrot und Butter oder Krimfresh den Kaviar essen können. Der Beri-Skaya-Kaviar ist gut für das Rezept, gerade das Sie genannt hatten, über das ich mich sehr gefreut habe. Das muss ich unbedingt nachkochen. Das Onsen-Ei werde ich mal ausprobieren. Ja, Sie können auf unserer Page das Rezept auch runterlegen. Wenn Sie auf unserer Page gehen, ist immer Block, also da ist oben ein Knopf, Block. In dem Block gibt es die Rezepte und da ist auch von diesem Rezept, weil das ist eigentlich unser Signature-Dish, wenn wir mal irgendwie angeben wollen. Und da ist das Rezept auch in der Schritt-für-Schritt-Anleitung drin. Sehr gut. Und der Beluga ist für die Geliebte als Geschenk. Sehr gut. Danke, Herr Boos. Sehr gerne. Und für unsere Zuhörer haben wir das Rezept auf der kontrafunk.radio-Seite verlinkt, sodass Sie es da abrufen können, ohne es groß zu suchen. Und da es gerade von Herrn Boos erweitert wurde, durch das Onsen-Ei habe ich noch den Beitrag zum Onsen-Ei ebenfalls verlinkt. Schauen Sie nach, wenn Sie Lust haben, es zu kochen. Es scheint ein wunderbares Rezept zu sein. Ich werde es ausprobieren. Musik 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 Ralf Boos hat gerade schon ausgeführt, Was die fünf größten Genüsse unserer Hochküche sind, das sind die Auster, der Hummer, die Gänsestopfleber, der Kaviar und der Trüffel. Wir behandeln heute noch die Gänsestopfleber, die einen schlechten Ruf bekommen hat oder vielleicht auch schon immer hatte. Denn das Stopfen im Gänsestopf der Gänsestopfleber heißt, dass die Gänse gemästet werden müssen. In den letzten drei Wochen Ihres Lebens erhalten Sie so viel Futter, dass ihre Leber anschwillt zu einer unnatürlichen Größe, aber dadurch eben erst die wunderbare Gänsestopfleber entstehen kann. Man kann sagen, drei Wochen ist in einem Gänseleben nicht viel und trotzdem können und wollen wir hier bei Kontrafunk das Gefühl von Widerspruch zwischen zum einen Delikatesse und zum anderen Tierunwohlsein nicht nehmen. Und trotzdem sollte man da Vollständigkeit halber noch anfügen, dass es erfahrene Gänsemester gibt, die durchaus behaupten, dass die Gans die Mast förmlich sucht, dass sie den Genuss des Essens herbeisehnt und dass es in ihren Augen, also denen der Gänsemester, keine Qual ist. Der Autor und Foodblogger Georg Etscheid, der den Blog aufgegessen.info betreibt, hat sich seine Gedanken dazu gemacht. In seinem wunderbar unprätentiösen Kochbuch »Alle meine Rezepte« von Wolfram Siebeck gibt es natürlich auch ein Rezept für eine Gänseliberterine, genauer gesagt eine Gänsestopfleberterine. Im Vorspann zu diesem Rezept umschreibt der im Jahre 2016 verstorbene Journalist gemeinhin als Fresspapst bekannt das Stopfleber-Dilemma in ebenso einfachen wie klaren Worten. Er schreibt, »Die Stopfleber der Gans entsteht wohl auf eine Art und Weise, die den Tatbestand der Tierquälerei erfüllt, auch wenn französische Gänsemester das Gegenteil behaupten. Auch ich bin der Meinung, so Siebeck weiter, dass man eine Foie Gras, ob gebraten oder als Gänseliberterine, nur selten essen sollte. Die persönliche Grenze müsse jeder für sich selbst ziehen.« Hier könnte dieser Beitrag eigentlich schon enden, doch lohnt es sich, die Sache ein wenig näher zu betrachten. Zunächst ist festzuhalten, Gänse- oder Entenstopfleber und das, was man daraus zubereiten kann, zählt unbestritten zu den größten Genüssen, die die europäische Kochkunst, insbesondere die französische Haute Cuisine, zu bieten hat. In meiner Familie gab es immer und nur zu Weihnachten einen, wie man sagt, Block französischer Gänseleberpastete, die mein verfressener, aber durchaus sparsamer Vater bei einem der Dekatessenversand bestellt hatte. Ein solcher Block ist eine trapezförmige Blechdose, die man mithilfe eines metallenen Stäbchens öffnen kann. Man buxiert dazu eine Lasche an einem Ende der Dose in das mit einem Spalt versehene Stäbchen und dreht den Deckel an einer Sollbruchstelle rundherum auf. Wenn das gelingt, erwartet einen zunächst eine eher unattraktive Lage gelblichen Fetz, das man abschaben muss, um zur eigentlichen Pastete zu gelangen. Wenn mein Vater einen besonders guten Tag hatte, bekamen wir Kinder auch das schwarze Trüffelstückchen von seiner Scheibe, das in die Mitte der Pastete eingearbeitet war. Es schmeckte jedoch meist etwas fad, weil der Trüffel seinen Geschmack schon an die zudem mit etwas Kondiak aromatisierte Gänseleberfarce abgegeben hatte. Der überaus feine, leicht süßliche Lebergeschmack und die unglaublich zarte, butterig schmelzende Konsistenz einer Gänsen- oder Entenstopfleber kommt jedoch vor allem dann zur Geltung, wenn man sie brät, was wegen der Empfindlichkeit des Rohmaterials eigentlich nur Profis wirklich beherrschen. Dann wird dieses Produkt zum Höhepunkt eines jeden festlichen Mahles, sei es als Terrine, sei es als unverzichtbarer Bestandteil der Tourne Dorosini, das sind gebratene Rinderfiletscheiben, die großzügig mit gebratener Gänseleber belegt, mit schwarzen Trüffeln bestreut und von einer kräftigen Madeira-Soße begleitet werden. Im 18. Jahrhundert, als der Genuss von Geflügelstopfleber nur den höchsten meist adeligen Gesellschaftsschichten vorbehalten war, wurde die Delikatesse, deren Geheimnis schon Ägypter und Römer kannten, immer zum krönenden Abschluss eines Festmahles serviert, was ihren außerordentlichen Rang verdeutlichte. Heute hatte sich eingebürgert eine kalte Gänse- oder Entenliberterine als Entree zu Kredenzen, was in Anbetracht ihrer Kalorienmächtigkeit und dem dazu meist gereichten Süßwein vielleicht etwas unlogisch erscheint. An der Köstlichkeit dieser Speise, wenn sie von meisterhafter Hand zubereitet wurde, ändert das nichts. Leider ist der Hochgenuss das Ergebnis einer höchst umstrittenen Prozedur, nämlich dem Nudeln oder Stopfen lebender Gänse und Enten in den letzten Wochen vor der Schlachtung. Die Franzosen sprechen von Gavage, was so viel heißt wie überfüttern oder überfressen. Dazu wird den Tieren mehrmals pro Tag ein eingefetteter Plastikschlauch oder ein metallenes Rohr in den Schlund eingeführt, durch den man ihnen einen extrem nahrhaften Maisbrei verabreicht, der manchmal noch mit Schweineschmalz angereichert ist. Ein französischer Produzent nennt das auf seiner Webseite etwas euphemistisch, progressive und kontrollierte Ernährung. Infolge dieser Behandlung verfettet die Leber innerhalb kurzer Zeit und schwillt auf ein Mehrfaches ihres ursprünglichen Gewichts an. Tierschützer halten die Zwangsernährung für barbarisch. Bereits 1999 erklärte die Europäische Union das Stopfen von Gänsen und Enten für illegal, woraufhin etliche europäische Länder, darunter Deutschland, die Praxis innerhalb ihrer Landesgrenzen untersagten. Frankreich umging das Verdikt, in dem es vor Grad 2005 zum nationalen gastronomischen Kulturerbe erklärte, Ungarn, Belgien, Bulgarien oder Spanien ignorierten einfach das Verbot. Auch dort wird bis heute Stopfleber produziert, oft für den französischen Markt, den mit Abstand größten weltweit. 2015 wurden in der EU insgesamt rund 24.000 Tonnen Stopfleber hergestellt. Stopfleber ist in Frankreich sogar ein Politikum. Als grün regierte Großstädte wie Lyon oder Grenoble 2020 der Stopfleber den Kampf ansagten und sie bei städtischen Empfängen von den Buffets verbannten, hatte dies eine landesweite Debatte zur Folge, in die sich auch die Politikerin Valérie Pécresse einschaltete, damals Präsidentschaftskandidatin der konservativen Republikaner. Französisch zu sein, das heißt einen Weihnachtsbaum zu haben, vor Grad zu essen, die Miss France zu wählen und die Tour de France anzuschauen, sagte Pécresse. Einer Umfrage zufolge meinten damals drei Viertel der Menschen, Weihnachtsfeiertage ohne Vorgrad sei für sie unvorstellbar. In einer anderen Erhebung gaben mehr als 70% der Befragten an, dass das Stopfen der Tiere leidvoll für diese sei, 60% sprachen sich angeblich sogar für ein Verbot aus. In Deutschland wird, wie gesagt, keine Stopfleber produziert. Doch man muss nur kurz über die Grenze ins Elsass fahren, einer der wichtigsten Regionen für Forgra in Europa, um sich eindecken zu können. Denn ein Import- oder gar Konsumverbot für Gänse- und Entenstopfleber wurde bislang nicht erlassen und auch die meisten Delikatessenhändler und Geschäfte haben Forgra weiter im Angebot. Es ist die gleiche kollektive Schizophrenie, die in Frankreich zu herrschen scheint. Die Bevölkerung ist zwar mehrheitlich gegen das Stopfen und bedauert oder verurteilt das mutmaßliche Leid der Tiere, andererseits wollen viele, vor allem an Festtagen, nicht auf die gewohnte Delikatesse verzichten. Wie groß das Tierleid in den Stopfleberfarmen wirklich ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Die Branche der Forgra-Produzenten argumentiert damit, dass es sich bei Gänsen und Enten um Zugvögel handele, die es gewohnt seien, sich für ihre Reise einen Vorrat an Körperfett zuzulegen und die auch in der Lage seien, große Happen wie ganze Fische zu verschlingen. Außerdem sei die Vergrößerung der Leber im Prinzip reversibel, wenn man das Stopfen einstelle. Zudem würden die Methoden des Stopfens immer sanfter, die Zeiträume der Messtung kürzer. Doch das Migrationsargument kann Forgra-Gegner nicht überzeugen. Bei den dafür verwendeten Entenrassen handelte es sich nämlich um Abkömmlinge von Standvögeln, die keinen Zuginstinkt besäßen. Außerdem würden die für den Vogelzug benötigten Fettreserven natürlicherweise nicht in der Leber, sondern unter der Haut gespeichert und Vögel mit einer überdimensionierten Fettleber seien ohnehin nicht mehr flugfähig. Wer überdies Enten und Gänse schon einmal dabei beobachtet hat, wie sie auf Nahrungssuche ständig allein oder in Gruppen unterwegs sind, wird das finale Einpferchen der Tiere oft bei Dunkelheit nicht tolerieren können. Auch die eigentlich verbotene Einzelhaltung der Vögel in engen Käfigen soll noch praktiziert werden. Schwer zu widerlegen sind wissenschaftliche Erkenntnisse, wonach die Tiere während der Zeit des Stopfens Stress und Krankheitssymptome zeigen, wie Kurzatmigkeit, Apathie und eine gestörte Temperaturregulation. Zudem ist die Sterblichkeit der Tiere in dieser Zeit deutlich erhöht gegenüber dem Zeitraum ihrer Aufzucht. Und man sollte nicht vergessen, dass es bei der Mästung, vor allem wenn sie im industriellen Maßstab erfolgt, dabei kann eine Person innerhalb einer Stunde bis zu 1000 Tiere stopfen, immer wieder auch zu direkten Verletzungen im empfindlichen Schnabel- und Schlundbereich der Tiere kommt. Natürlich wird man keinem Züchter unterstellen wollen, er lege es darauf an, seinen Tieren absichtlich Schaden und Schmerzen zuzufügen. Doch der Preisdruck ist auch in dieser Luxusbranche hoch. Gerade die Deutschen wollen zwar an Festtagen schlemmen, doch möglichst wenig dafür bezahlen, weswegen viele in Deutschland verzehrten vor Grapprodukte, selbst wenn der Name einer französischen Firma auf dem Etikett steht, aus Osteuropa kommen, wo die Tierschutzstandards vermutlich noch einmal unter denen liegen, die etwa in Frankreich gelten. Es führt wohl kein Weg an der Erkenntnis vorbei, dass das Stopfen keineswegs den natürlichen Verhaltensweisen der Tieren entspricht und sehr wahrscheinlich von ihnen als leidvoll empfunden wird. Und auch das Traditionsargument verfängt nicht wirklich, selbst wenn man zu Recht beklagt, dass immer mehr wertvolle Traditionen dem Zeitgeist geopfert werden. Denn es gibt auch schlechte Traditionen. Und wer argumentiert, dass das Tierleid in anderen Branchen wie der industriellen Schweinemast möglicherweise noch deutlich größer ist, begibt sich auf abschüssiges Terrain. Ethisch macht es keinen Unterschied, ob man einem einzigen Lebewesen Leid zufügt oder Tausenden. Wie kann man diesem Dilemma von Genuss und Verantwortung entkommen? Weil der Druck von Fleischgegnern und Tierschützern immer stärker wird, haben einige Produzenten gewissermaßen Mittelwege ersonnen. Manche kehren zurück zu den vorindustriellen Formen eines angeblich sanfteren Stopfens von Hand. Andere, darunter ein spanisches Unternehmen, werben damit nur den Kropf der Tiere zu füllen. In Italien gibt es die sogenannte Fikatum-Leber. Dort dürfen sich die Gänse mit nahrhaften Feigen und Getreide selbst und ohne direkten Zwang überfressen. Feigenleber soll einer Gänsestopfleber ziemlich nahe kommen. Der Nachteil, das Mästen dauert deutlich länger, wodurch das Endprodukt teurer wird. Außerdem ist es in größeren Mengen noch nicht verfügbar. Auch echte Ersatzprodukte vergleichbar veganen Fleischalternativen sind schon auf dem Markt wie jene, die unter der Marke Happy 4 vermarktet werden. Dazu wird normale Entenleber mit Butter, Kokos und Entenfett künstlich aufgefettet. Ich habe den Inhalt eines solchen Gläschens probiert. Die Konsistenz ähnelt der einer Stopfleber-Zubereitung, doch der rustikale, fast penetrante Lebergeschmack störte mich. Von der Feinheit einer echten Gänse- oder Entenstopfleber-Pastete ist dieses Geschmacksbild meilenweit entfernt. Und wie sich Happy 4 in der Bratpfanne macht, habe ich lieber erst gar nicht getestet. Ich persönlich habe im liberalen und genussfreudigen Geiste Wolfram Siebecks eine Entscheidung getroffen, nur für mich selbst. Ich werde in Zukunft keine Stopfleber mehr essen. Generelle Verbote, etwa ein Importverbot von Vorgrapprodukten in Deutschland, unterstütze ich nicht, weil es schon genug Verbote gibt, mit denen die Eigenverantwortung der Menschen immer mehr beschnitten wird. Und ich möchte auch nicht völlig ausschließen, dass ich doch wieder einmal schwach werden könnte, wenn mir auf der Speisekarte eines illustren Restaurants wie Eberlens Auberge de Lille im Elsass eine Ballotin aus Wachtel mit Gänseleber und Trüffeln offeriert wird. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. In der letzten Sendung hatten wir die Geschichte des Champagners behandelt und warum die Engländer mal wieder ihre Finger im Spiel hatten und für die Entstehung des Champagners so wichtig waren. Heute geht es darum, wie Champagner eigentlich produziert wird. Was macht den Preis von Champagner aus? Denn wenn ich Champagnerproben durchführe, dann ist eine der wichtigsten Fragen von den Teilnehmern immer, warum ist Champagner so teuer? Meine verkürzte und sehr lapidare Antwort lautet darauf dann meistens, Champagner ist von den großen Weinen dieser Welt eher ein günstiger. Das klingt merkwürdig, aber es ist einfach so. Wenn Sie einen Bordeaux oder einen Burgunder kaufen, dann ist er aus dem letzten, vielleicht vorletzten Jahr und den müssen Sie erst mal 10, 15, je nach Güte sogar 20 Jahre in den Keller legen, bevor Sie ihn mit richtig Freude trinken können. Bei Champagner ist das anders. Jedes Champagnerhaus achtet mit Argos Augen darauf, dass jeder Champagner, sei es der Einstiegsschampagner oder ihre großen Jahrgangsschampagner, erst auf den Markt kommen, wenn sich die Aromen in der Flasche gebildet haben, die für Champagner so typisch sind und eben dem Geschmack des Hauses entsprechen. Nehmen wir das Beispiel Dom Perignon. Der jetzige Dom Perignon, der auf dem Markt ist, wird aus dem Jahrgang 2009 oder 2010 sein. Das heißt, die Grundweine sind 10, 12, 13 Jahre alt, wenn Sie als Kunde den Champagner kaufen. Das macht den Champagner sofort trinkreif. Und zudem ist es eine Reminiszenz an längst vergangene Zeiten. Zur Jahrhundertwende, also im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert, war es völlig üblich, dass auch Stillweine, also Weiß- und Rotweine, mit einem Alter von 5, 6, 7 Jahren erst auf den Markt kamen. Derartige Weine haben Sekundäraromen ausgebildet, die einen Wein erst entspannend und mächtig erscheinen lassen. Bei Stillweinen sind wir dazu übergegangen, diese Ausbildung der Sekundäraromen dem Kunden zu überlassen, der sie halt in seinem Keller vornehmen muss. Oder eben es unterlässt und die Weine zu früh trinkt. Bei Champagner jedoch sind diese Sekundäraromen kein Kann, sondern ein Muss. Denn ohne diese Sekundäraromen ist ein Champagner nicht Champagner-typisch. Und so trinken wir, wenn wir Champagner trinken, ein Getränk, das irgendwo im 19. Jahrhundert stehen geblieben ist. Für die Preisgestaltung von Champagnern ist es weiterhin wichtig, dass die Champagner-Herstellung viel, viel aufwendiger ist als bei Stillweinen. Das erkläre ich gleich noch. Und dann ist da noch ein Drittes, das vielleicht für die Preisentwicklung am wichtigsten ist. Und das ist etwas schwieriger zu erklären und ich versuche es deswegen in ein Bild zu bringen. Die Champagner-Winzer bilden ein Monopol. Das ist natürlich eigentlich nicht erlaubt, aber weil Champagner den Status eines Kulturdenkmals hat und für die französische Nation von großer Wichtigkeit ist und das ein Produkt ist, das mit dem Stolz der Franzosen aufgeladen ist, gelten eben andere Gesetze. Also die Champagner-Winzer dürfen ein Monopol bilden, was bedeutet, sie können Preisabsprachen bilden. Und das machen sie auch jedes Jahr. Der letzte Preis, den ich recherchieren konnte, war, dass die Champagner-Winzer als Mindestpreis für ein Kilo Trauben aus der Champagne sieben Euro festgelegt haben. Mit sieben Euro kann man natürlich jetzt wenig anfangen, wenn man sie nicht in ein Verhältnis setzt. Was kostet also ein Kilo Riesling-Trauben in Deutschland? Und Riesling ist ja nun mal die Königsorte. In Deutschland. Die deutschen Winzer bilden kein Monopol, deswegen ist das natürlich schwierig zu sagen, was ein Mindestpreis ist. Aber so der übliche Preis für ein Kilo Riesling-Trauben in Deutschland beträgt unter zwei Euro. Das Kilo Champagner-Trauben kostet also dreieinhalbmal so viel. So ein Monopol hat schon Vorteile. Und wenn der französische Staat es dann auch schützt, dann umso mehr. Gleichzeitig hat der französische Staat natürlich auch Gesetze für alles und jeden erlassen, der Champagner produzieren will. Das beginnt beim Anbau, bei der Ertragshöchstgrenze. Das geht weiter über die Lese, über die Lagerung und schließlich über die Inverkehrbringung. Also der französische Staat kontrolliert sein Nationalstolz-Produkt Champagner und lässt dafür Monopole zu. Man könnte also sagen, der Preis beim Champagner ist eine merkwürdige Mischung aus rigiden Sozialismus und staatlichem Eingriff und gleichzeitiger Monopolbildung bei den Produzenten. Das muss einem erstmal jemand nachmachen. Ein Produkt für die Reichen und Schönen dieser Welt, dessen Preisbildung komplett außerhalb des freien Marktes passiert. Kurzum, so setzt sich also die Preisgestaltung bei Champagner zusammen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich gerade schon angesprochen habe, der Champagner-Herstellung. Denn die ist viel, viel aufwendiger als bei Stillweinen. Die Champagner ist ein nördliches Anbaugebiet und das ist ganz entscheidend für den Champagner. Denn in Südfrankreich, Süditalien oder auch in Kalifornien, also dort, wo es richtig heiß ist, sind die Voraussetzungen für Schaumweine denkbar ungeeignet. Das liegt daran, dass die Trauben zu viel Zucker bilden, also der Alkohol zu hoch wird und die Säure zu niedrig ist. Ein Champagner lebt aber davon, dass der Alkohol relativ moderat ist und der Wein eine lebendige, kräftige Säure hat. Dafür werden aber selbst in der Champagner, also im nördlichen Anbaugebiet, die Trauben in einem leicht unreifen Zustand gelesen. Das heißt, ein Stillwein aus solchen Trauben würde eher karg, nicht sagend und zu sauer sein. Für die Champagner-Herstellung ist er aber wunderbar geeignet. Und zwar aus folgendem Grund. Dieser karge und etwas saure Grundwein braucht erstmal Zeit, um Aromen zu bilden, die schmackhaft sind. Und genau diese Zeit bekommt er im Laufe der Champagner-Herstellung. Denn die zweite Flaschengärung braucht Zeit. Und in ihr gewinnt der Champagner nochmal ungefähr ein knappes Alkoholprozent hinzu. Das heißt, sind die Weine zu reif und haben schon zu viel Alkohol, dann kommt nochmal ein Prozent Alkohol hinzu und der Champagner wäre plump. Das will aber keiner. Der Champagner muss ja lebendig sein. Und lebendig heißt viel Säure und ein schönes Mousseau und Aromen, die fein sind. Und dafür braucht es eben diese etwas unreifen Grundweine. Diese Grundweine liegen also jetzt im Fass oder im Tank und müssen so vermählt werden, dass sie dem Stil des Champagnerhauses entsprechen. Weil das ist das Wesen der Champagne, dass die Häuser dort einen bestimmten Stil haben. Das heißt, jeder Champagner wird so küvittiert, dass er vom Geschmack her an das anknüpfen kann, was der Stil des Hauses ist und was in den Vorjahren produziert wurde. Das heißt, Champagner ist tendenziell ein eher jahrgangsunabhängiges Produkt. Bis eben auf die Jahrgangsschampagner. Es ist die große Kunst der Kellermeister in der Champagne, all die Weine so zu komponieren, dass der Stil des Hauses jedes Jahr getroffen wird. Sind diese Weine dann auf die Flasche gefüllt, dann beginnt das zweite Leben. Denn noch sind es Stilweine. Also wird etwas Zucker und etwas Hefe zugesetzt und die Weinflaschen dann mit einem Kronkork verschlossen. Das ist ein recht prosaischer Prozess, weil am Ende ist es der Bierverschluss. Aber der sorgt dafür, dass so wenig Sauerstoff wie möglich in die Flasche gelangt. Weil die Hefe und der Zucker in der Flasche, die sorgen für eine Nachgärung in der Flasche. Und wenn die unter Sauerstoffabschluss stattfindet, dann bilden sich die feinen Perlen, die Perlage, das Mousseau. Um diesen Prozess mal in ein Verhältnis zu setzen, Mouet Chandon, der größte Champagnererzeuger der Erde. Mouet Chandon produziert jedes Jahr knapp 30 Millionen Flaschen Champagner. Das heißt 30 Millionen Einzelflaschen, die mit einem Kronkorken verschlossen und in denen die Nachgärung stattfinden muss. Aber 30 Millionen Flaschen auch, in denen die Hefe dann irgendwann ihren Dienst getan hat und aus der Flasche wieder raus muss. Und diese Hefe, so ein brauner Klumpen, sieht nicht schön aus, schmeckt nicht gut. Die würde dem Champagner also gar nicht guttun in seinem Nimbus als schönes Getränk und Luxus. Das heißt, die Hefe muss irgendwie raus und dafür in den Flaschenhals wandern. Wofür man die Flasche dann in einem langsamen Rüttelprozess auf den Kopf stellen muss. Das nennt man das Rütteln. Und natürlich denkt man bei Rütteln an wunderschöne Rüttelpulte aus Holz und an Mensch, der ihn so sanft vorsichtig dreht. Aber die Zahlen sind wieder andere. Ein guter Rüttler konnte früher 50.000 bis 60.000 Flaschen am Tag machen. Heute machen das natürlich computergesteuerte Rüttelpulte, die aussehen wie Raketenwerfer, auf denen Tausende von Champagnerflaschen im Gleichtakt auf den Kopf gestellt werden. Und ist dann irgendwann diese Einzelflasche oder diese Hunderttausenden oder Millionen von Einzelflaschen auf dem Kopf und ist die Hefe in den Flaschenhals gerutscht, Dann beginnt das dritte Leben der Champagnerflasche. Mit langen Zangen wird jede einzelne Flasche dem Rüttelpult entnommen und auf den Kopf durch ein Schockfrosterbad gezogen, sodass der Flaschenhals gefriert. Dann wird die Flasche normal hingestellt, mit einem Bieröffner der Kronkorken geöffnet und dieses Hefe-Wein-Gemisch aus dem Flaschenhals kann herausquillen. Diesen Vorgang nennt man übrigens Degorgieren, was in der deutschen Übersetzung Abschlemmen heißt, aber lange nicht so schön klingt wie Degorgieren. Ist das Degorgieren abgeschlossen, trägt der Wein keine Hefe mehr und könnte ein Champagner werden, wenn da nicht ein Problem wäre. Denn durch alles, was da aus dem Flaschenhals gequollen ist, ist die Flasche nicht mehr voll. So kann man sie ja nicht mit einem Korken verschließen. Also muss sie aufgefüllt werden. Und hier kommt etwas wieder zum Tragen, was den Kellermeister so wichtig macht, weil mit was füllt er die Flasche auf? Was er hier zusetzt, um die Flasche wieder aufzufüllen, nennt sich Dosage und entscheidet ganz extrem, wie der Champagner am Ende schmeckt. Er kann nämlich einen Süßwein nehmen, dann ist der Champagner gefällig. Oder er kann einen trockenen Wein nehmen, dann ist der Champagner eher kantig. Ein Champagner, der mit Süßwein aufgefüllt wurde, trägt die Bezeichnung Brüt. Ein Brüt-Champagner kann bis zu 12 Gramm Restzucker in der Gesamtflasche haben. Das heißt, das Wenige, was da am Flaschenhals war, wird mit durchaus süßem Wein aufgefüllt. Ein extra Brüt-Champagner darf nur bis zu 6 Gramm Restzucker haben. Und dann gibt es noch die Siro-Dosage oder Brüt-Naturweine. Das heißt, die sind wirklich mit trockenem Wein aufgefüllt. Ist die Dosage abgeschlossen, kommt ein großer Korken in die Flasche, der dann wiederum von einer Agraf gehalten wird. Das ist dieses Metallgerüst, das man so aufdrehen muss, wenn der Korken aus der Flasche springen soll. Jetzt noch ein Etikett auf die Flasche und sie könnte eigentlich in den Handel kommen. Aber die guten Champagnerhäuser warten noch Monate, manchmal sogar Jahre, bevor sie die Flaschen in den Handel bringen. Das machen sie nicht aus Geiz, sondern einfach, damit sich die Flaschen beruhigen, das Mousson ein bisschen feiner, eleganter wird. Aber vor allen Dingen, weil sich Champagner durch Sekundär- und Tertiaromen auszeichnet. Der Beginn der Champagneraromen, und man spricht da gerne von Brioche-Noten, ist ein Autolyse-Prozess, der bei der Flaschengärung von der Hefe ausgeht. Die Hefe zersetzt sich, geht dann mit dem Wein eine Verbindung und einen neuen Prozess ein und dadurch bilden sich Noten, die beim Champagner-Ungeheuer geschätzt werden. Die bilden sich nochmal weiter, wenn der Champagner ruht. Wann der Champagner dann auf den Markt kommt, ist natürlich immer eine Entscheidung, die das Champagnerhaus trifft, aus ökonomischen Interessen, oder eben natürlich der Kellermeister. Wenn er sagt, jetzt ist der Champagner fertig, jetzt schmeckt er richtig so, wie er schmecken soll. Kommen wir zum letzten Punkt, Champagner und Kaviar. Das ist natürlich eine himmlische Kombination, und allein schon diese im Mund aufplatzenden, feinen Kaviarkörner und dann diese perlende Champagner, also die Perlage, das ist einfach für die Götter. Und wenn man nicht päpstlicher als der Papst ist, dann passt eigentlich jeder Champagner zu Kaviar. Aber ich habe auch eine Vorliebe, und die möchte ich Ihnen mitteilen. In meinen Augen, eigentlich mehr in meinem Mund, also in meinem Mund, passt Kaviar am besten mit einem richtig trocken, kargen Champagner zusammen. Das hat folgende Bewandtnis. Ein Brüteschampagner, der also die 12 Gramm Restzucker auch voll ausschöpft, hat natürlich einen süßen Mundeindruck. Und selbst wenn man alleine trinkt, diesen süßen Mundeindruck nicht richtig mitbekommt, weil die Säure und die Perlage halt doch dominant sind, so sind sie in Kombination mit dem Kaviar doch deutlich spürbar. Der Kaviar ist fein, ist nussig, ist salzig, und da wirkt dann die Süße eines Brüteschampagners für mich störend. Ich ziehe also definitiv die Extra Brüt oder sogar Brüt Natur, also die Champagner ohne Süße, vor. Das Besondere an der Champagne ist ja ihr Unterboden, der aus Kreide besteht. Die Champagnerkeller, wo die Rüttelpulte stehen und die vielen Hunderttausenden von Flaschen Champagner lagern, sind ja in die Kreidefelsen hineingetrieben worden. Und wenn Sie die Kreidefelsen vor Dover kennen, die da aus dem Meer emporsteigen, dann wissen Sie, wie der Boden unterhalb der Reben aussieht in der Champagne. Es ist nämlich Kreide, und die möchte ich in einem Champagner schmecken. Dieses kalkige, kreidige, karge, weiße, kühle, das muss ein Champagner ausdrücken können in meinen Augen. Und je weniger süßer ist, desto besser schmecke ich das. Dabei ziehe ich dann Champagner vor, die durchaus nicht nur im Stahltank gelegen haben, sondern vor allen Dingen im Holz ausgebaut wurden. Dadurch entsteht ein oxidativer Prozess mit den Grundweinen, die trotz aller Kargheit und Trockenheit dann doch etwas Fülle und noch weitere Aromen in den Wein zaubern. Weswegen ich eben so eine Kombination aus wirklich karger Trockenheit mit einem voluminösen, vollen, oxidativen Körper richtig toll finde zu Kaviar. Und ich habe Ihnen mal zwei Champagner rausgesucht, die meines Erachtens perfekt zu Kaviar passen. Da ist der Tarlan Siro, also ein Zero-Dosage-Champagner, der richtig knochentrocken ist und trotzdem wunderschön voluminös. Und die Reserve Perpetuelle von Robert Moncuy, ein Wein, der extra Bröt auf den Markt kommt. Ich habe die beiden Beine namentlich aufgeführt in unserem Text auf kontrafunk.radio, sodass Sie sie, wenn Sie Interesse haben, suchen und finden können. Ansonsten halte ich es bei Champagner mit Lili Bonanger oder Lili Bollinger, die 1961 anlässlich der Vorstellung des 1955er-Jahrgangs in London auf die Fragen eines britischen Journalisten, was denn der richtige Anlass für Champagner sei, antwortete, Ich trinke Champagner, wenn ich froh bin und wenn ich traurig bin. Manchmal trinke ich ihn, wenn ich alleine bin und wenn ich in Gesellschaft bin, dann darf er nicht fehlen. Wenn ich keinen Hunger habe, mache ich mir mit ihm Appetit und wenn ich hungrig bin, lasse ich ihn mir schmecken. Sonst aber rühre ich ihn nicht an, außer wenn ich Durst habe. In dem Sinne. Liebe Hörer, das war es schon wieder mit Leib und Speise für diese Woche. Wenn Sie Fragen haben, Kritikanregungen, schreiben Sie meine E-Mail unter info at kontrafunk.radio und gehen Sie auf unsere Seite kontrafunk.radio und Sie finden dort die Champagner und die Kaviar-Rezepte, die wir erwähnt haben. Bis dahin, bis nächste Woche. Tschüss. Musik 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 Musik